My father founded Bauman in 1998. We offer several services to our customers like Automatization, Engineering, Additive Manufacturing and Consultancy. Wir haben uns dazu entschieden in die additive Fertigung zu investieren, da wir die Entwicklungszeiten verkürzen wollen und mit der Jet Fusion Technologie haben wir die Möglichkeit sehr präzise und kleine Bauteile in sehr kurzer Zeit herzustellen. Mit der Multi Jet Fusion Technologie haben wir die Zeit bis 8 bis 12 Wochen reduziert, die Kosten der optimistischen Schritte reduziert und die Stabilität und Stabilität der Parten erhöht. Wir bei Bauman starten, die Farbe von den Designern an den Assembler zu verwenden. Durch die farbliche Kennzeichnung wird die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in der Montage minimiert. Wir können gewisse Flächen kennzeichnen, damit der Werker weiß, wo er ein Gewinde einbringen muss zum Beispiel. Ein weiteres Merkmal ist im Bereich des Prototypenbaus, wo wir verschiedene Verschleißflächen farblich hervorheben können, damit unser Kunde oder in der Prototypphase, damit man Verschleißerscheinungen nachbilden kann. Das macht es einfacher für den Werker zu sehen, wann die Parten geändert werden muss. Mit dieser Color-Printing Technologie, wir können die QR-Code direkt auf die Plastik-Parts legen. Mit dem QR-Code können Sie sehr leicht sehen, welches Material der Parten ist, wann es wurde produziert und wo es wurde produziert. Der QR-Code reduziert die Kosten und Zeit für uns und bringt neue Träßigkeit auf den Markt, wie immer noch früher. HP-Support ist großartig. Wenn wir Hilfe brauchen, müssen sie sofort und professionell reagieren, um sicherzustellen, dass wir in keinem Zeitpunkt zurückkommen sind. Durch die HP-RAMP-Finanzierung konnten wir uns an die neue Produktionsmethode der HP-MJF-Technik gewöhnen. Des Weiteren konnten wir in der Zeit neue Kunden gewinnen und ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Mitarbeiter sich mit dieser Technologie vertraut machen können. Viele unserer Kunden sind sehr optimistisch für diese Color-Cover-Bildigkeit. Das war nur möglich dank der Jet Fusion 580 3D-Printing Technologie. Das kann noch ein wenig machen. Wir sind nicht gemacht im M vragen wichtig. Das war nur möglich. Widers Licht von einem Planbespiegel. Wir ethnigen cho Sie.